Einfach mit Ruhe, dann geht auch so ein Gegner tot. Ja, Leute, 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 jetzt müsst ihr an mir die Damen drücken. Ich bin sogar dabei, etwas zu schaffen. Ich glaube, neue persönliche Bestleistung. Aber jetzt, jetzt könnte es böse enden, denn ich muss wieder hierhin zurück. So, ich kann es ja. Ich glaube, ich darf einfach keinen Double Jump machen vorhin. So, dann gehen wir wieder hierhin zurück und dann schauen wir mal was hier hoch. Oh mein Gott, nein, nein, mit dem will ich mich nicht anwenden. Oh mein Gott, das Wasser, wie schön. Was bringt es uns? Da ist der Bossbaum. Okay, Leute. Ich bin jetzt ganz wahnsinnig. Trau ich mich? Trau ich mich nicht? Ja, wenn ich schwache, dann ich gewinne. Oh mein Gott, ein Auge! Oh mein Gott, ein grosses Auge! Bäh! Kadir! Giza! Gitter! Es ist allem für sich gar nicht so schwer. Ich mache halt einfach, glaube ich... Ich habe noch einen Treffer gebraucht und dann bin ich tot. Also ich war schon fast tot. Ja, gut. Aber wir haben ziemlich eine Gegnerschar besiegt. Den Boss leider nicht. Das müssen wir mal machen. Da schön, rest in peace, oder? Aber sie ist die verschiedenen Barbarenkönigin. So, nehmen wir... Ähm... Kruppleila. Ich glaube, das ist das Tourette-Syndrom. Anhand der Beschreibung ist das das Tourette-Syndrom. What the fuck? Der ist, ähm... Im Grunde genommen, äh... Magersüchtig. Und... Wird durch die Luft geschleudert von jedem Treffer. Da haben wir einfach, äh... Ein Dis... Äh, ein Analphabeten. Und die Chica für gesagt. Komm, wir nehmen mal... Deine Lady Blair, das gibt mir. So, jetzt. Improve your looting skills and get more bangs for your bucks. Das machen wir. Dann machen wir doch Geld upgrade. Und dann machen wir den Angriff noch hoch. So. Wir konnten mir sowieso nichts kaufen. Die Hellserien sieht wieder schwarz. Also sind ja besonders... Meine sind ja besonders schwach. Aber können mehr Geld generieren. So. Ich hoffe, das war eine richtige Entscheidung. So talentiert, wie ich bin. Dieser Raum gefällt mir bis jetzt. So kann es weitergehen. Ohne Mist jetzt. Kommt jetzt bei jedem... Treffer, den er landet. So ein... So ein... Alter. Ich vergaß. Die Augen können nicht... durch die Wände schiessen. Jetzt mach ich das jetzt plötzlich... Aaaaaah! 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 Aggressionsmodus! Aaaaaah! Aaaaaah! Bosen tragen, na Zombie! Aaaaaah! 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 So, ähm! Ja, ich, ähm, bin die Ruhe selbst, Kinder. Nicht zu Hause nachmachen, fluchen ist nicht so... Ohne Mist jetzt. Ganz ehrlich. Ich weiss wieso die Ladyblad, die bitte flucht wie eine... Ich weiss gar nicht was. Ich wollte jetzt einen unschü... Oh man, das wäre jetzt ein einfacher Fairy Chest gewesen. Aaaaaah! Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Fairy Chest gefunden können. Hier kommt das auch. Hallo Fake Portrait! Hallo Fake Portrait, das uns getötet hat. Der Tipp von Löribä... Was ist denn hier? Aaaaaah! Genau, so. Wir haben schon vier Charlottes... Charlottes in den Himmel gejagt. Oh! Oh! Stimmt! Da ist nochmal eine Charlottes... Oh ja, oh ja! Ich mag das Spiel! Ich mag das sehr gerne, das Spiel! Aber ja... Ich bin einfach nicht gut darin. Ähm... Endomorph! So stark, dass man nicht zurückgeworfen wird. Und danach wieder ein Analphabet. Jetzt... Hier haben wir... Oh! Einen fernsichtigen Barban. Komm, wir nehmen die Lady Charlotte, die fünfte. Wir können jetzt die fünfte Charlotte ins Jenseits befördern. Und der Meiner hat uns genau nichts gebracht. Hooray! Jetzt ist einfach alles in einem Umkreis, wird verschwommen. Äh... Ich kann Kopfschmerzen verursachen, wenn wir zu lange mit der Charlotte spielen. Naja... Das war ja interessant. Jetzt kann ich dafür nicht lesen, wieviel Geld ich jeweils... Elf, okay. Vergießnahmen könnte man ja noch tun. Sollte man meinen. Gut, jetzt kann ich es darauf schieben. Ich sehe die Gegner nicht. Ich bin schlecht, weil ich die Gegner nicht sehe. Ja, Kinder. So nenne ich euch immer Kinder. Ich weiß nicht. Heute ist... Heute ist ein schöner Tag. Nachher noch ein bisschen... Geburtstag von dem Kumpel. Und das wird ein lustiger Abend. Und ja... Ich hoffe, ihr habt da... Macht da irgendeine Verst... Wie soll... Die... Scheiße hier... Es gibt immer die großen und bunten... Fette... Vertreter... Ich bin so klug... Eluka, 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 Eluka... Ja, ähm... Im Kumpel und Geburtstag... Nein, diesen Rang... Vermeiden wir schleunigst... Äh... Tu nichs... So talentier... Oh nöööö... Ich will mich immer wegducken, aber... Ich vergefhe, ich vergesse immer wieder... Das ducken hier nicht funktioniert... Das wäre so ein Fisch gewesen für diese Spiele hier in diesem Zwischengang, wo ich schon kein Platz habe, wo mein Portraitversteck gewesen wäre. Und du bist auch weg! Eine, eine, eine! Und du bist weg! Ja genau in den Winkel hinein! Ich bin so ein schlaues Kind. Spürt meine Sichel! Au! Oh mein Fake-Bot! Oh! Essen! Wir haben immer noch über 100 Leben! Gut, das liegt daran, dass Baba und mir glaube ich auch mehr Leben haben. Aber ich finde die Begründung für die Hosentragen-Zombies immer gut. Die haben die verstorbenen Abenteuern auf die Hosen geklaut. Das finde ich eine lustige Erklärung. Autsch! Kinder! Geht auch nicht an! Und wir haben immer noch über 100 Leben! Yay! Und 700 Gold! Wir können wieder Upgrades kaufen! Ich glaube, als erstens kaufe ich mir wieder einen Lebens-Upgrade! Stepp doch sonst immer! Buh! Nö! Ah! Wir können noch die Statuen kaputt haben! Wir geben meistens noch Mana um! Obwohl wir volles Mana haben! Den Zauber brauchen wir glaube ich für den Boss! Das ist ziemlich wichtig! Hopp! So! Und jetzt tue ich mal so, als könnte ich dieses Spiel spielen! Und zwar gut spielen! Ich tue jetzt mal, als wäre ich professionell! Oh! Eine Kiste! Oh! Ein Blueprint! Das Knight Sword! Das könnte unsere Angriffstärke noch hoch pushen! Da wäre ich sogar Fan von! Ähm! So! Ähm! Wo geht es denn weiter? Wir können hier noch weiter! Oh! Da ist der Boss! Sollen wir uns gegen den... Wir haben... 128... 155 Leben! Eigentlich können wir uns das schon tragen! Komm wir versuchen es nochmal! So! KDR! Der... Der Torwächter! KDR! Autsch! 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 Er ist chill In die falsche Richtung abgegangen! Wie S bål! Ho! Tränen wir uns noch in die falsche Richtung zu schlagen Ich muss ihm den Das wird dieses Mal leider auch nichts, Leute Ich muss noch mehr Geld sammeln Ich muss einfach mehr Geld sammeln Ich muss mir einfach besser werden Ich glaube, es liegt nur begrenzt an mir Es liegt auch daran, dass ich zu wenig Schaden aus teile Das ist sehr gut möglich Ja, hier, äh, nee Das machen wir dann, wenn wir fertig sind So, und nächster Helm Wir können unseren ersten Shinobi nehmen Wir nehmen unseren ersten Shinobi Ist zwar kurzsichtig und die Weite ist nichts Und gigantistisch Haben wir noch einen Shinobi? Nein, aber wir nehmen den ersten Shinobi Ja Aber bevor wir überhaupt etwas Ja, 111 Leben machen Holen wir uns doch das Wir können es nicht ausrüsten Wir haben zu wenig Ah, okay Wir brauchen noch schnell ein Gewichts-Upgrade So Dann definitiv noch ein Lebens-Upgrade Dann haben wir eh nur noch vier Gold Ich bin jetzt da und die Ja, ich bin jetzt da und die Ich bin jetzt da und die